Kondit, unser biologisch-organisches Düngemittel und hocheffizienter Bodenkonditionierer, wird von uns seit Markteinführung stetig weiter unter normalen Bedingungen getestet. Mit großem Erfolg. Auf diesem Versuchsfeld im Berner Seeland stehen 72 Sorten kurz vor der Ernte. Kondit hat die Bodenbiologie äußerst positiv beeinflusst. Die Erfolge sind sichtbar, messbar und spürbar. Die Pflanzengesundheit, Resistenz gegen Pilzkrankheiten und Insekten liegt weit über dem Durchschnitt. Trotz anwesender Nager weisen die Pflanzen keine Mäuseschäden auf. Die verlängerte Feldhaltbarkeit ergibt ein massiv größeres Erntefenster. Der Geschmack der Produkte ist spürbar voller. Kondit wird deshalb von Produzenten zunehmend eingesetzt. Essen Sie Gemüse und Obst aus Kondit unterstützter Produktion. Sie werden begeistert sein. Umfangreichere Informationen und Konditprodukte erhalten Sie bei der Schmutz AG.